Ich bin Lorenz Tups. Ich arbeite in der Firma Brutbacher Gatti AG seit 2007. Das beste Projekt, das ich bisher hatte, ist ein grosser Industriebetrieb. Dort hatten wir die Möglichkeit, mit grossen Querschnitt zu arbeiten und recht grossen Strömen. Das ist mal etwas anderes. Ich bin schon so lange bei Brutbacher und Gatti, weil wir ein sehr lässiges Team haben und auf Weiterbildungsmöglichkeiten auswirken. In unserem Unternehmen hat man grosse Unterstützung und hat die Möglichkeit für diverse Weiterbildungen. Wenn das für dich auch zutrifft, dann bewirke dich doch jetzt bei uns.